Innovationen sind sehr, sehr vielfältig und weitreichend und manchmal ist es gar nicht so überwältigend, wie es klingt und hat doch eine hohe Wirkung und manchmal klingen die Dinge sehr überwältigend, aber die Wirkung ist kleiner. Also Innovationen sind immer, so ist es definiert, Zweck-Mittel-Kombinationen und das genau herauszufinden, das ist der Punkt und das Wesentliche ist eben, dass es angenommen wird, dass es marktreif ist.